Moni? Ne. So. Ähm. Ich glaub dafür müssen wir nochmal den Fahrstrom leiten. Oder? Ne. Ne, das bringt nichts. Ja. Hä? Das hab ich nicht ganz kapiert. Guck mal nochmal. Wo bin ich ein? Hä? Ach ne, da unten. Okay. Super. Ja. So. Jetzt hier wieder durch. Da sitzt er. So. Wirt hier runter. Jetzt kommen wieder da oben welche runter. So und jetzt müssen wir hier gucken. Tür öffnen. wo wir am besten durch wie wir ja durchkommen weiß ich noch nicht so ganz ah cool das ist aber auf freie bahn und die sie scheint es heißt zu sein springen aber mal runter gut wo nicht mit mir so da kommen ja noch welche hallo so die haben nichts auf den fahrschuhl drauf wo das war zu weit jetzt nicht lang wo es dabei komm kann ich hier irgendwie verschwunden doch geht aber nur der runter moment da wird ihn nicht umgebrochen den dazug da hallo ist doch noch da der plan sieht so aus wir verziehen uns mit dem Zug geht zum wahnhof da treffen wir uns alles klar aber wie komme ich hier weiter ist eine andere frage ah ok jetzt fahren wir bis zum fachstuhl oder aber wir können da durch die tür ok hallo um 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 können wir hier rein jetzt irgendwo hohe durch cool Panzer ein ja Mit der Gelmucke Nicht nochmal bitte, ich will nicht sterben So Den hacken wir mal Au Oh, ne Sniper oder was das ist Oh Ah, die Waffe ist nicht so gut, finde ich Immer die, ja Wo bist du? Unten Okay Da hinten müssen wir hin Oh Oh So So Hier haben wir noch ein bisschen Money So Die Treppe hoch oder haben wir hier noch was Neuer Person eintrag Neuer Person eintrag Oh Okay Haben wir noch was? Nein Da bist du wohl lang Hallo Ich hab nur ne Waffe Schön Hallo Da oben sitzt er noch mit ner Sniper Ey Nicht einfach hier ran schleichen Ja, das ist unfair So So hier steht keiner mehr Ja Da nehmen wir die Rolltreppe Ja Jo Jupp Oh, was ist das? Helles Licht Willkommen bei den AsperryTV Pacific Perspektiven Ich bin Ben Lee Ben Lee, genau Ben Lee, genau AsperryExtra... Estriction... Oder... Extraktion So Headshots 3 Okay Änderdrücken Ein Zug kommt Ich bin gleich am Bahnhof Aber die Arschkagen lass mich locker Wie wärs mir ein bisschen Tempo Jo, können wir mal Ach da Hallo Öffnen Ha, die Chinesen wieder hier Okay Okay, haben wir nichts Jetzt mit Tür Die können wir auch machen Und Tür können wir nicht durch Okay Okay Hell Okay, da geht's nicht durch Ah, ja Merritt hier Bin in Position am Bahnhof Kommst du, wird noch ungern unseren Zug verpassen Noooohh Na komm raus Da oben sitzt er Da oben sitzt er Haben wir die Granaten? Nö Voll daneben gezielt, du Piss Was Endlich So Hier geht's nicht lang Aber hier, oder? Ja Bewegung kleiner, der Zug wartet nicht Ich mach doch schon Ja 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 Ja